Die Marxisten haben den Boden als eine Art Anhängsel des Kapitals betrachtet und haben nie etwas Rechtes mit ihm anfangen können. In Wahrheit ist Kapital zusammengesetzt aus zweierlei ganz verschiedenen. Erstens Boden und Bodenprodukt. Grundstücke, Baulichkeiten, Maschinen, Werkzeuge, die man aber eben nicht Kapital nennen sollte, weil sie Boden sind. Zweitens Beziehungen zwischen den Menschen, verbindender Geist. Geld oder Tauschmittel ist nichts wie ein Konventionszeichen für die allgemeine Ware, mit dessen Hilfe sich alle besonderen Waren bequem, d.h. in diesem Fall mittelbar, gegeneinander tauschen. Das hat von Haus aus gar nichts mit dem Kapital zu tun. Kapital ist kein Tauschmittel und kein Zeichen, sondern eine Möglichkeit. Das bestimmte Kapital eines arbeitenden Menschen oder einer Gruppe arbeitender Menschen ist ihre Möglichkeit, bestimmte Produkte in einer bestimmten Zeit herzustellen. Die dinglichen Wirklichkeiten, die dazu gebraucht werden, sind erstens die Materialien, Boden- und Bodenprodukte, aus denen heraus die neuen Produkte weiterverarbeitet werden sollen. Zweitens die Werkzeuge, mit denen gearbeitet wird, also ebenfalls Bodenprodukte. Drittens die Lebensbedürfnisse, die von den Arbeitern während der Arbeitszeit konsumiert werden, wiederum Bodenprodukte. Solange einer nun an einem Produkt arbeitet, kann er dieses Produkt nicht gegen das, was er während der Produktion und für sie braucht, eintauschen. In dieser Lage der Erwartung und Spannung sind aber alle arbeitenden Menschen. Kapital nun ist nichts anderes als die Vorwegnahme und Vorwegeinlösung des erwarteten Produkts, ist genau das Nämliche wie Kredit oder Gegenseitigkeit. In der gerechten Tauschwirtschaft bekommt jeder, der Aufträge hat oder jede Produktionsgruppe, die Kunden hat, die dinglichen Mittel, die Erde und Erderzeugnisse für ihren Hunger und ihre Hände, weil alle die entsprechenden Bedürfnisse haben und jeder dem anderen die Wirklichkeiten, die auch einmal aus Erwartungen und Spannung gekommen sind, liefert. Damit auch diesmal die Möglichkeit und Bereitschaft sich zur Wirklichkeit wandle und so immer fort. Kapital also ist nicht ein Ding. Der Boden und seine Erzeugnisse sind das Ding. Die herkömmliche Anschauung stellt eine ganz unzulässige und bitterböse Verdopplung der Dingwelt her. Als ob es außer der einen und einzigen Bodenwelt auch noch die Kapitalwelt als Sache gäbe. Damit wird die Möglichkeit, die nur ein Spannungsverhältnis ist, zu einer Wirklichkeit gemacht. Es gibt nur die eine dingliche Wirklichkeit des Bodens. Alles andere, was man sonst noch Kapital nennt, ist Beziehung, Bewegung, Zirkulation, Möglichkeit, Spannung, Kredit oder, wie wir es hier nennen, der verbindende Geist in seiner wirtschaftlichen Wirksamkeit, der natürlich nicht pfuscherhaft als Liebe und Entgegenkommen in Erscheinung treten, sondern sich zweckmäßiger Organe bedienen wird, wie ihrer eines, Proudhon, als Tauschbank beschrieben hat. Wenn wir die gegenwärtige Zeit nun die kapitalistische nennen, soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass in der Wirtschaft nicht mehr der verbindende Geist waltet, sondern der Sachgürze herrscht. Etwas also, das zwar keine Sache, aber ein Nichts ist, das als Sache genommen wird. Dieses Nichts, das als Sache gilt, schafft nun freilich infolge dieser Geltung, weil Geltung Geld ist, den Reichen eine Menge konkrete Wirklichkeiten ins Haus und in die Machthaberei, die alle nicht dem Nichts entstammen, sondern dem Boden und der Arbeit der Armen. Denn jedes Mal, wenn sich die Arbeit dem Boden nähern will, allemal, wenn ein Produkt aus einem Stadium der Arbeit in ein anderes übergehen will und ehe es in den Konsum eingehen darf und im ganzen Prozess der Arbeit schiebt sich das falsche Kapital ein und erhebt nicht etwa bloß den Lohn für kleine Dienste, sondern überdies den Zins dafür, dass es so willig war, nicht still zu liegen, sondern zu zirkulieren. Ein Nichts, das als Sache gilt und den fehlenden Geist des Bandes ersetzt, ist, wie hier schon öfter erwähnt wurde, auch der Staat. Er tritt überall dahin, dann stoßend, saugend und drückend zwischen die Menschen und die Menschen wie zwischen die Menschen und den Boden, wo das Echte, das von Haus aus zwischen ihnen ist, der Zug, die Beziehung, der Freigeist, verkümmert ist. Das hängt auch damit zusammen, dass das unechte Kapital, das an die Stelle des echten gegenseitigen Interesses und gegenseitigen Vertrauens getreten ist, seine saugende und plündernde Macht gar nicht üben könnte, dass das Grundeigentum von der Arbeit gar nicht Tribut erheben könnte, wenn es nicht durch Gewalt, durch die Gewalt des Staates, seiner Gesetze, seiner Verwaltung und seiner Exekutive gestützt würde. Nur darf man nie vergessen, dass das alles, Staat, Gesetze, Verwaltung und Exekutive nur Namen sind für Menschen, die, weil ihnen die Lebensmöglichkeit fehlt, sich gegenseitig quälen und vergewaltigen. Namen für Gewalt also zwischen den Menschen. Wir sehen so an dieser Stelle, dass nach der richtigen Erklärung vom Kapital, die hier gegeben wurde, die Bezeichnung kapitalistisch nicht ganz treffend ist, weil mit ihr eigentlich nicht das echte Kapital, sondern das falsche gemeint ist. Aber es lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man den Menschen die wahren Zusammenhänge entwirren will, sich zunächst einmal der eingebürgerten Worte zu bedienen und das ist hier geschehen. Wenn die Arbeiter also finden, dass ihnen das Kapital fehlt, so haben sie in ganz anderem Sinne recht, als sie glauben. Ihnen fehlt das Kapital der Kapitale. Ihnen fehlt das einzige Kapital, das Wirklichkeit ist. Wirklichkeit, obwohl es kein Ding ist. Ihnen fehlt der Geist. Und wie es allen geht, die sich dieser Möglichkeit und Voraussetzung alles Lebens entwöhnt haben, ist ihnen dazu noch die sachliche Bedingung alles Lebens unter den Füßen weggezogen worden, der Boden. Land und Geist also. Das ist die Losung des Sozialismus. Die vom sozialistischen Geiste Ergriffenen werden zuallererst nach dem Boden sich umsehen, als der einzigen äußeren Bedingungen, die sie zur Gesellschaft brauchen. Wir wissen wohl, dass, wenn die Menschen in ihrer Weltwirtschaft, in ihrer Volkswirtschaft ihre Produkte gegeneinander tauschen, dass dadurch auch der Boden mobil gemacht wird. Der Boden ist längst zu einem Börsenobjekt, ist längst Papieren gemacht worden. Wir wissen auch, dass, wenn die Menschen in ihrer Weltwirtschaft, in ihrer Volkswirtschaft Produkt gegen gleichwertiges Produkt tauschen würden, wenn also umfassende Verbände durch die Vereinigung ihres Konsums und den dadurch ohne Zweifel entstehenden außerordentlichen Kredit, sich in die Lage setzen, zunächst in immer wachsendem Maße Industrieprodukte für ihren eigenen Bedarf, unter Ausschaltung also des kapitalistischen Marktes, aus den Rohmaterialien zu verarbeiten. Wir wissen, sage ich, dass sie dann im Laufe der Zeiten ebenso wie Bodenerzeugnisse auch in ansehnlichem Maße Boden selbst kaufen könnten. Wir wissen, dass solchen gewaltigen Konsumproduktivgenossenschaften nicht nur ihr eigener gegenseitiger Kredit, sondern auch ansehnliches Geldkapital schließlich zur Verfügung stehen müsste. Wollten es die Menschen aber darauf ankommen lassen, so hätten sie die endgültige Entscheidung nur hinausgeschoben. Die Bodenbesitzer haben ein Monopol auf alles, was auf dem Boden wächst und aus dem Innern des Bodens geholt wird, auf die Lebensmittel des ganzen Volkes und die Rohmaterialien der Industrie. Der Staat und im Zusammenhang damit ein immer beträchtlicher Teil des Geldkapitals, dem ja wortwörtlich der Boden entzogen und der Atem geraubt wird, wenn es kein Bodeneigentum mehr, aber schon Gegenseitigkeit als sozialistisches Kapital gibt, sie werden, ehe es soweit ist, je mehr kapitalistischer Handel und kapitalistische Industrie durch die Konsumproduktivgenossenschaften ausgeschaltet werden, umso mehr zu den Bodenmagnaten halten. Der Boden wird den für ihren eigenen Konsum arbeitenden Genossenschaften nicht von selber zufließen, wird ihnen vielmehr seine Produkte verteuern oder geradezu versperren. Der Boden ist eben nur dem Scheine nach flüssig oder Papieren, sowie umgekehrt das Kapital nur der Fiktion nach einer realen Größe ist. So wie es zur Entscheidung kommt, wird der Boden, was er wirklich ist, ein Stück physische Natur, das besessen und vorenthalten ist. Um den Kampf gegen das Bodeneigentum kommen die Sozialisten nicht herum. Der Kampf des Sozialismus ist ein Kampf um den Boden. Die soziale Frage ist eine agrarische Frage. Nun kann man erst sehen, was für ein ungeheurer Fehler die Proletariatstheorie der Marxisten gewesen ist. Keine Schicht der Bevölkerung wüsste, wenn es heute zur Revolution käme, weniger was zu tun ist, als unsere Industrieproletarier. Überaus verlockend ist freilich für ihre Sehnsucht nach Erlösung, denn sie sehen sich mehr nach Erlösung und Ausspannung, als dass sie wüssten, was für neue Beziehungen und Verhältnisse sie herstellen wollen. Der alte herwerksche Spruch, Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Verlockend ist dieses Wort, wie alles, was Tatsachen einen allgemeinen Ausdruck gibt und also logisch ist. Dass der Generalstreik ein furchtbares Durcheinander erzeugen müsste, dass die Kapitalisten, wenn die Arbeiter es nur ganz kurze Zeit aushalten könnten, kapitulieren müssten, ist völlig wahr. Das aber ist ein großes Wenn und die Arbeiter sind sich heute kaum über die gewaltigen Schwierigkeiten ihre Verproviantierung im Falle eines revolutionären Generalstreiks klar genug. Indessen trotzdem, ein umfassender und ungestümer Generalstreik mit heftiger Stoßkraft könnte ohne Frage den revolutionären Gewerkschaften entscheidende Macht geben. Am Tag nach der Revolution würden die Gewerkschaften von den Fabriken und Werkstätten in den Großstädten und Industriestädten Besitz ergreifen, müssten auch weiterhin für den Weltmarkt des Profits die nämlichen Produkte herstellen, würden den ersparten Unternehmergewinn unter sich teilen und sich wundern, dass nichts herauskommt als Verschlechterung ihrer Lage, Stockung der Produktion und völlige Unmöglichkeit. Es ist völlig unmöglich geworden, die Tauschwirtschaft des Profitkapitalismus direkt in die sozialistische Tauschwirtschaft überzuleiten. Dass es auf einmal nicht geht, versteht sich von selbst. Würde versucht, es allmählich zu bewerkstelligen, so käme es zum furchterlichsten Zerfall der Revolution, zu den wildesten Kämpfen der schnell entstehenden Parteien gegeneinander, zum wirtschaftlichen Chaos und zum politischen Cäsarismus. Wir sind viel zu weit von Gerechtigkeit und Verstand in der Herstellung und Verteilung der Produkte entfernt. Jeder, der heute verzehrt, ist auf die ganze Weltwirtschaft angewiesen, weil sich zwischen ihm und seinen Bedürfnissen die Profitwirtschaft eingebürgert hat. Die Eier, die ich esse, kommen aus Galicien, die Butter aus Dänemark, das Fleisch aus Argentinien und ebenfalls aus Amerika, das Korn zum Brot, die Wolle meines Anzugs aus Australien, die Baumwolle meines Hemmnes aus Amerika und sofort, das Leder und die dazu nötigen Gerbstoffe zu meinen Stiefeln, das Holz zu den Tischen und Schränken und Stühlen und so immer weiter. Die Menschen in unserer Zeit sind beziehungslose und unverantwortliche geworden. Beziehung ist ein Zug, der die Menschen zueinander und der die Menschen zur Arbeit für die Herstellung ihrer Bedürfnisse bringt. Diese Beziehung, ohne die wir keine Lebendigen sind, ist veräußerlicht, ist verdinglicht worden. Es ist dem Händler gleich, womit er handelt. Es ist dem Proletarier gleich, was oder woran er arbeitet. Der Betrieb hat nicht den natürlichen Zweck, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern den Künstlichen das Ding zu erwerben. In möglichst großen Massen und rücksichtslos und möglichst ohne Arbeit, das heißt, da es Hexerei und Wunder nicht gibt, durch die Arbeit anderer, Unterworfener, zu erwerben. Durch das sich alle Bedürfnisse befriedigen lassen, das Geld. Das Geld hat Beziehungen geschluckt und ist darum viel mehr als ein Ding. Das Kennzeichen eines Zweckdinges, das künstlich aus der Natur herausgearbeitet wurde, ist, dass es nicht mehr wächst, dass es nicht imstande ist, aus der Umwelt Stoffe oder Kräfte an sich zu ziehen, sondern dass es in Ruhe auf den Verbrauch wartet und in kürzerer oder längerer Frist verdirbt, wenn es nicht verbraucht wird. Das Wachstum hat, Selbstbewegung, Selbsterzeugung ist ein Organismus. Und so ist denn das Geld ein künstlicher Organismus. Es wächst, es gebiert Kinder, es vermehrt sich überall da, wo es ist und ist unsterblich. Fritz Mautner, Wörterbuch der Philosophie, hat gezeigt, dass das Wort Gott ursprünglich identisch ist mit Götze und dass beides der Gegossene heißt. Gott ist ein von den Menschen gemachtes Erzeugnis, das Leben gewinnt, Leben der Menschen an sich zieht und schließlich mächtiger wird als all die Menschheit. Der einzige Gegossene, der einzige Götze, der einzige Gott, den die Menschen je leibhaft zustande gebracht haben, ist das Geld. Das Geld ist künstlich und ist lebendig. Das Geld zeugt Geld und Geld und Geld und das Geld hat alle Kräfte der Welt. Wer aber sieht nicht, wer aber sieht heute noch immer nicht, dass das Geld, dass der Gott nichts anderes als der aus dem Menschen herausgetretene und zum lebendigen Ding, zum Unding gewordene Geist ist? Dass es der zum Wahnsinn gewordene Sinn unseres Lebens ist? Das Geld schafft nicht Reichtum. Das Geld ist Reichtum. Ist Reichtum für sich. Es gibt keinen Reichen als das Geld. Das Geld hat seine Kräfte und sein Leben irgendwoher. Es kann sie nur von uns haben. Und so reich und zeugungskräftig wir das Geld gemacht haben, so sehr haben wir uns verarmt und ausgesogen. Uns alle. Geradewegs wörtlich gilt es, dass Menschenfrauen zu Hunderttausenden darum nicht mehr Mütter werden können, weil das scheußliche Geld Junge wirft und das harte Metall Männern und Frauen die tierische Wärme und das Blut wie ein Vampir aus den Adern saugt. Wir sind Bettler und Tröpfe und Toren, weil das Geld Gott, weil das Geld Menschenfresser geworden ist. Sozialismus ist Umkehr. Sozialismus ist Neubeginn. Sozialismus ist Wiederanschluss an die Natur, Wiedererfüllung mit Geist, Wiedergewinnung der Beziehung. Es gibt keinen anderen Weg zum Sozialismus, als dass wir lernen und üben, wofür wir arbeiten. Wir arbeiten nicht für den Gott oder Teufel, dem sich die Menschen heute verschrieben haben, sondern für unsere Bedürfnisse. Wiederherstellung der Beziehung zwischen Arbeit und Verbrauch, das ist Sozialismus. Der Gott ist jetzt schon so gewaltig und allmächtig geworden, dass er nicht mehr durch eine bloße sachliche Umgestaltung, durch eine Reform der Tauschwirtschaft abzuschaffen ist. Die Sozialisten also wollen wieder in Gemeinden zusammentreten und in den Gemeinden soll hergestellt werden, was die Gemeindemitglieder brauchen. Wir können nicht auf die Menschheit warten. Wir können auch nicht erwarten, dass die Menschheit sich für eine gemeinsame Wirtschaft, für gerechte Tauschwirtschaft zusammenschießt, solange wir in uns Individuen nicht das Menschtum gefunden und neu geschaffen haben. Vom Individuum beginnt alles und am Individuum liegt alles. Der Sozialismus im Vergleich zu dem, was uns heute umgibt und umschmürt, ist die ungeheuerste Aufgabe, die sich Menschen je gestellt haben. Mit äußeren Kuren der Gewalt oder der Klugheit ist er nicht zur Wirklichkeit zu machen. Vieles ist da, woran wir anschließen können, was auch an äußeren Gestalten lebendigen Geistes noch Leben birgt. Dorfgemeinden mit Resten alten Gemeindebesitzes, mit den Erinnerungen der Bauern und Landarbeiter an die ursprüngliche Gemarkung, die seit Jahrhunderten in Privatbesitz gegangen ist. Einrichtungen der Gemeinwirtschaft für Feldarbeit und Handwerk. Das Bauernblut rauscht noch in den Adern vieler Stadtproletarier. Sie sollen lernen, wieder darauf zu lauschen. Das Ziel, das noch sehr entfernte Ziel, ist allerdings, was sich heute der Generalstreik nennt. Die Weigerung, für andere, für den Reichen, für den Götzen und das Unding zu arbeiten. Generalstreik, aber freilich ein anderer als der passive Generalstreik mit verschränkten Armen, der heute gekündet wird und der mit einem Trotz dessen momentaner Erfolg sehr zweifelhaft und dessen endlicher Misserfolg ganz unzweifelhaft ist, den Kapitalisten zuruft, wir wollen sehen, wer es länger aushält. Generalstreik, jawohl, aber ein aktiver. Und eine andere Aktivität ist hier gemeint als jene, die wohl auch manchmal mit dem revolutionären Generalstreik in Verbindung gebracht wird und die auf gut Deutsch Plünderung heißt. Der aktive Generalstreik wird erst dann kommen und siegen, wenn die arbeitenden Menschen sich in den Stand gesetzt haben, nicht eindeutig ihrer Aktivität, ihre Arbeit anderen zu geben, sondern nur noch für ihren Bedarf, ihren wirklichen Bedarf zu arbeiten. Das hat gute Wege und ist lange hin. Aber wer weiß denn nicht, dass wir nicht am Ende und nicht in der Mitte des Sozialismus stehen, sondern vor dem allerersten Anfang. Darum ist unsere Todfeindschaft gegen den Marxismus jeglicher Schattierung, weil er die arbeitenden Menschen abgehalten hat, mit dem Sozialismus zu beginnen. Das Zauberwort, das uns aus der versteinten Welt der Gier und der Not herausführt, heißt nicht Streik, sondern Arbeit. Landwirtschaft, Industrie und Handwerk, geistige und körperliche Arbeit, Unterricht und Lehrlingswesen sollen wieder vereinigt werden. Sehr wertvolles über die Methoden zu dieser Verwirklichung hat uns Peter Kropotkin in seinem Buche Das Feld, die Fabrik und die Werkstatt gesagt. Die Hoffnung auf das Volk, das ganze Volk, auf all unsere Völker dürfen wir durchaus nicht aufgeben. Sie sind freilich heute keine Völker an die Stelle von Volk, geistverbundenen Menschen, sind Staat und Geld getreten. Da konnten auf der Ändernseite nur auseinandergefallene Menschenstücke übrig bleiben. Volk kann erst wieder werden, wenn die Einzelnen, die Vorausgehenden, die Geistigen mit Volk trächtig sind. Wenn die Vorform des Volkes in den schöpferischen Menschen lebt und aus ihren Herzen, Köpfen und Händen zur Wirklichkeit verlangt. Der Sozialismus ist nicht, wie man gewähnt hat, eine Wissenschaft, wenn auch vielerlei Wissen zu ihm wie zu jedem Abfall von Aberglauben und Aberleben und zum Beschreiten des rechten Weges nötig ist. Wohl aber ist der Sozialismus eine Kunst, eine neue Kunst, die im lebendigen Schatten will. Aus allen Schichten werden jetzt die Männer und Frauen aufgerufen, damit sie vom Volke fortgehen, um vom Volke zu kommen. Denn das ist die Aufgabe, nicht am Volk verzweifeln, aber auch nicht aufs Volk warten. Wer dem Volk, das er in sich trägt, Genüge tut, wer um dieses ungeborenen Keimes und dieser drängenden Fantasiegestalt willen sich mit seinesgleichen verbindet, um als Wirklichkeit zu schaffen, was sich immer zur Verwirklichung des sozialistischen Gebildes tun lässt, der geht vom Volke weg zum Volke hin. Aus denen, die den tiefsten Ekel und die stärkste Sehnsucht und wahren Gestaltungsdrang in sich bergen, wird der Sozialismus eine Wirklichkeit, die anders aussieht, je nach der Zahl derer, die sich zu ihm zusammentun. So wollen wir uns denn aneinander schließen und wollen darauf ausgehen, sozialistische Gehöfte, sozialistische Dörfer, sozialistische Gemeinden zu gründen. Die Kultur beruht nicht auf irgendwelchen Formen der Technik oder der Bedürfnisbefriedigung, sondern auf dem Geiste der Gerechtigkeit. Wer am Sozialismus tun will, muss aus dem Vorgefühl einer geahnten und auch ungekannten Freude und Seligkeit heraus ans Werk gehen. Alles müssen wir erst wieder lernen. Die Freude der Arbeit, der Gemeinsamkeit, der gegenseitigen Schonung. Alles haben wir vergessen und spüren es doch alles noch in uns. Diese Siedlungen, in denen die Sozialisten sich nach Möglichkeit abschließen vom kapitalistischen Markt und nur so viel an Wert hinaus exportieren, als sie noch von draußen herein bekommen müssen, sind nur kleine Anfänge und Proben. Die sollen hinausleuchten ins Land, damit über die folglosen Menschenhaufen der Neid komme. Der Neid nicht auf Genussgüter oder Machtmittel, sondern der Neid auf die neue, uralte Seligkeit der Zufriedenheit mit sich selbst, der Beglücktheit im Schoß der Gemeinde. Der Sozialismus als Wirklichkeit kann nur erlernt werden. Der Sozialismus ist wie jedes Leben ein Versuch. Alles, was wir dichterisch heute schon in Worten und Beschreibungen zu gestalten versuchen, die Abwechslung in der Arbeit, die Rolle der geistigen Arbeit, die Form des bequemsten und unbedenklichsten Tauschmittels, die Einführung des Vertrags an die Stelle der Justiz, die Erneuerung der Erziehung, all das wird Wirklichkeit werden, indem es verwirklicht wird und wird durchaus nicht nach einer Schablone geordnet werden. Dankbar aber werden wir dann derer gedenken, die schon im Denken und der Fantasie vorausgelebt haben, Gemeinden und Länder des Sozialismus in gegliederten Gestalten geschaut haben. Die Wirklichkeit wird anders aussehen als ihre individuellen Gestaltungen, aber die Wirklichkeit wird von diesen ihren Bildern abstammen. Gedenken wir hier noch einmal Proudhonz und all seiner scharf umgrenzten, nie ins Nebulose sinkenden Gesichter aus dem Lande der Freiheit und des Vertrags. Gedenken wir manches Guten, was Henry George, Michael Fürschheim, Silvio Gesell, Ernst Busch, Peter Kropotkin, Elisee Reklus und viele andere geschaut und beschrieben haben. Wir sind die Erben der Vergangenheit, ob wir wollen oder nicht. Schaffen wir uns in den Willen, dass die kommenden Geschlechter unsere Erben seien. Dass wir mit allem, was wir leben und tun, in die kommenden Geschlechter und in die uns umgebenden Menschenmassen hineinwirken. Das ist nun ein völlig neuer Sozialismus. Ein wieder einmal neuer, neu für unsere Zeit. Neu im Ausdruck, neu im Anschauen der Vergangenheit. Neu auch in mancher Stimmung. Neu umblicken müssen wir uns nun auch in dem, was ist. Die Menschenschichten, die Einrichtungen und Überlieferungen müssen wir neu betrachten. Ganz anders sehen wir nun die Bauern und wir wissen, was für eine ungeheure Aufgabe uns da gelassen wurde, zu ihnen zu sprechen, bei ihnen zu leben und das lebendig zu machen, was in ihnen verkalkt und verstaubt ist. Die Religion. Nicht den Glauben an irgendwelche äußere oder obere Mächte, sondern den Glauben an die eigene Macht und die Vervollkommnung des einzelnen Menschenwesens, solange es lebt. Was haben sie immer den Bauern gefürchtet und seine Liebe zum Bodenbesitz? Die Bauern haben nicht zu viel Boden, sondern zu wenig. Und nicht nehmen muss man ihn, sondern geben. Geben muss man ihn, wie allen freilich, auch erst wieder den Gemein- und Gemeindegeist. Aber er ist in ihnen nicht so verschüttet wie in den Stadtarbeitern. Die sozialistischen Ziedler sollen sich nur in den vorhandenen Dörfern ansiedeln und es wird sich zeigen, dass sie wieder lebendig zu machen sind und dass der Geist, der im 15. und 16. Jahrhundert in ihnen war, auch heute noch wieder erwachen kann. Von diesem neuen Sozialismus gilt es, mit neuen Zungen den Menschen zu reden. Hier wird ein erster und anfänglicher Versuch gemacht. Wir werden es noch besser lernen. Wir und andere, wir wollen die Genossenschaften, welche sozialistische Formen ohne Geist sind. Wir wollen die Gewerkschaften, welche Tapferkeit ohne Ziel sind, zum Sozialismus zu großen Versuchen bringen. Ob wir wollen oder nicht, wir werden nicht beim Reden bleiben. Wir werden weitergehen. Wir glauben nicht mehr an den Strich zwischen Gegenwart und Zukunft. Wir wissen, hier oder nirgends ist Amerika. Was wir nicht jetzt im Augenblick tun, tun wir gar nicht. Wir können unseren Konsum vereinigen und vielerlei Zwischenschmarotzer ausschalten. Können eine große Anzahl Handwerker und Industrien zur Herstellung von Gütern für unseren eigenen Verbrauch gründen. Viel weiter können wir darin gehen, als bisher die Genossenschaften gegangen sind, die immer noch den Gedanken an die Konkurrenz mit den kapitalistisch geleiteten Betrieben nicht loswerden. Sie sind bürokratisch, sie sind zentralistisch und sie wissen, sich nicht anders zu helfen, als dass sie sich zu Arbeitgebern machen und mit ihren Arbeitnehmern durch Vermittlung der Gewerkschaften Verträge schließen. Es fällt ihnen nicht ein, dass in der Konsumproduktivgenossenschaft jeder in echter Tauschwirtschaft für sich selber arbeitet. Dass in ihr nicht die Rentabilität, sondern die Produktivität der Arbeit entscheidet. Dass manche Betriebsform, z.B. der Kleinbetrieb, durchaus produktiv und dem Sozialismus willkommen ist, auch wenn er im Kapitalismus nicht rentabel wäre. Wir können Siedlungen gründen, die freilich nicht auf einen Schlag, nicht ganz und gar dem Kapitalismus entronnen sind. Wir wissen aber jetzt, dass der Sozialismus ein Weg ist. Weg aus dem Kapitalismus weg. Und dass jeder Weg einen Anfang hat. Der Sozialismus wird nicht aus dem Kapitalismus heraus. Er wird dem Kapitalismus entgegenwachsen. Wird sich ihm entgegenbauen. Mittel zum Erwerb des Bodens und die ersten Betriebsmittel für diese Siedlungen erlangen wir durch die Vereinigung unseres Konsums, durch die Gewerkschaften und Arbeiterbünde, die sich uns anschließen und durch solche Reiche, die entweder ganz zu uns stoßen oder uns wenigstens Mittel geben. Ich scheue mich gar nicht, das alles zu erwarten und diese Erwartungen auszusprechen. Der Sozialismus ist Sache all derer, die unter dem Furchtbaren, das um uns und in uns ist, leiden. Und viele aus allen Schichten werden bald viel größeres Leid tragen, als heute einer ahnt. Nichts Besseres im Sinne des Anstands und der eigenen Erlösung kann einer mit eigenem Gelde, können auch die Arbeitervereine mit ihrem Gelde tun, als es ein für alle Mal wegzugeben und dafür Land für den Anfang des Sozialismus freizumachen. Dem Land, wenn es einmal frei ist, sieht es keiner an und es selber spürt es nicht, dass es gekauft worden ist. Nur nicht zimperlich, Arbeiter. Ihr kauft Schuhe, Hosen, Kartoffeln, Heringe. Wäre es nicht für den Anfang schön, wenn ihr arbeitende und leidende Menschen gleich viel, welche Rollen euch bisher zugewiesen waren, eure Kraft zusammenwerfen wolltet, um euch vom Unrecht loszukaufen und auf eigenem Grund, fernerhin das meiste, was ihr braucht, für eure Gemeinschaft selber zu arbeiten. Vergessen wir nicht, sind wir im rechten Geiste, so haben wir alles, was wir für die Gesellschaft brauchen. Alles außer dem einen. Land. Der Landhunger muss über euch kommen, Großstadtmenschen. Sind überall im Lande, im Norden, Süden, Osten und Westen, in allen Provinzen sozialistische Siedlungen und Eigenkultur in die Gemeinheit der Profitwirtschaft hineingesprengt, die gesehen werden, deren Lebensfreude unerhörter, wenn schon stiller Art, gespürt wird, dann summt der Neid stärker und stärker. Dann, glaube ich, regt sich das Volk. Dann beginnt das Volk zu erkennen, zu wissen, die Sicherheit zu haben, es fehlt nur eines von Äußerem, um sozialistisch, gedeihlich, selig zu leben, der Boden. Und dann werden die Völker den Boden freimachen und nicht mehr für den Götzen, sondern für den Menschen arbeiten. Dann, fangt nur erst an. Fangt beim Kleinsten an und mit der Kleinsten Schar. Der Staat, das heißt die Massen, die noch nicht bei der Erkenntnis sind, die Schichten der Bevorzugten und derer beider Vertreter, die Regierungs- und Verwaltungskaste, werden den Beginnenden die größten und die kleinlichsten Hindernisse in den Weg legen. Wir wissen es. Die Zerstörung aller Hindernisse kommt, wenn sie wirkliche Hindernisse sind, wenn wir nämlich ganz dicht, sodass nicht der kleinste Zwischenraum mehr ist, bis zu ihnen herangerückt sind. Jetzt sind sie nur Hindernisse der Voraussicht, der Fantasie, des Bangens. Wir sehen schon, das und das und das wird man uns, wenn es erst soweit ist, in den Weg legen und tun einstweilen lieber gar nichts. Lassen wir es doch erst soweit sein. Gehen wir wenigen doch voran, damit wir die vielen werden. Dem Volk kann niemand Gewalt antun als eben dieses Volk selber. Und große Teile des Volkes halten zum Unrecht und zu dem, was ihnen selber an Leid und Seele Schaden tut, weil unser Geist nicht stark, nicht ansteckend genug ist. Unser Geist muss zünden, muss leuchten, muss verlocken und an sich ziehen. Das tut nie die Rede allein. Auch die gewaltigste, die zirnendste, die sanfteste nicht. Das tut allein das Beispiel. Das Beispiel der Vorausgehenden müssen wir geben. Beispiel und Opfermut. In der Vergangenheit, heute und morgen, werden der Idee Opfer um Opfer gebracht. Immer um der Auflehnung, immer um der Unmöglichkeit willen, so zu leben. Jetzt gilt es, dazu noch Opfer anderer Art zu bringen. Nicht heroische, sondern stille, unscheinbare Opfer. Um für das rechte Leben ein Beispiel zu geben. Dann werden aus den wenigen viele werden. Und auch die vielen werden wenige sein. Hunderte, Tausende, Hunderttausende. Zu wenig, zu wenig. Und es werden mehr. Und sie sind immer noch zu wenig. Aber doch werden die Hindernisse überwunden. Denn wer im rechten Geiste baut, zerstört im Bauen die stärksten Hindernisse. Und endlich, endlich wird der Sozialismus, der so lange gegrüht und geflammt hat, endlich wird er leuchten. Und die Menschen, die Völker, werden mit großer Sicherheit wissen, sie haben den Sozialismus und die Mittel, ihn zu verwirklichen, ganz und gar in sich und zwischen sich. Und nichts fehlt ihnen als dieses eine Land. Und sie werden das Land freimachen. Denn niemand hindert das Volk mehr, da das Volk sich selbst nicht mehr im Wege steht. Die werden aufgerufen, die tun wollen, was ihre Kraft vermag, um diesen Sozialismus zu schaffen. Nur die Gegenwart ist wirklich. Und was die Menschen nicht jetzt tun, nicht sofort zu tun beginnen, das tun sie in alle Ewigkeit nicht. Es gilt das Volk, es gilt die Gesellschaft, es gilt die Gemeinde. Es gilt Freiheit und Schönheit und Freude des Lebens. Wir brauchen Rufe im Streit. Wir brauchen alle, die von dieser schaffenden Sehnsucht voll sind. Wir brauchen Täter. Die Täter, die Beginnenden, die Erstlinge werden aufgerufen zum Sozialismus. Wer es nicht in den Stunden, in denen diese Worte und ihr Gefühl nun zu ihm gesprochen haben, schon gehört hat, dem sei es jetzt zum Abschied gesagt. Wie wir so manchen gewohnten Klang in den Mund genommen haben, um nur erst einmal zu den Menschen sprechen zu können und solche vorläufigen, landläufigen Worte dann als falsch angewandt oder ungenügend im Ausdruck zur Seite legten, so mag es auch einmal diesem Wort gehen. Vielleicht ist dieser Aufruf auch dazu der Anfang eines Weges, ein besseres, ein tiefer heraufgeholtes, ein weiterhin weisendes zu finden. Schon jetzt aber soll jeder wissen, nichts hat unser Sozialismus gemein mit schmatzender Behaglichkeit oder der Sucht nach schäferisch ungestörtem Idyll und einem breiten Leben, das nur der Wirtschaft, der Arbeit für des Lebens notdurft gewidmet wäre. Viel war hier von der Wirtschaft die Rede. Sie ist die Grundlage unseres Selbstananderlebens und soll einmal so die Grundlage sein, dass nicht mehr so viel davon die Rede zu sein braucht. Gruß euch, ihr Schweifenden, ihr Rastlosen, ihr Wanderer und Landstreicher und Pflastertreter, die ihr kein Wirtschaften und kein Einfügen in diese unsere Zeit vertraget. Gruß euch, ihr Künstler, die ihr über den Zeiten gestaltet. Gruß auch euch, ihr Krieger alter Zeiten, die ihr nicht wolltet, dass das Leben in der Ofenröhre verhutzle. Was heute an Krieg und Schwerterklang und Wildheit in der Welt ist, ist fast alle Wege nur noch eine verfratzte Maske über Öde und Gier. Haltung, Treue und Ritterlichkeit sind wunderselten geworden. Gruß auch euch, ihr Stammler, ihr Schweigenden, die ihr im Tiefsten, von wo kein Wort herausrollt, die Ahnung berget. Unbekannte Größe, ungesagte Kämpfe, inniges Seelenleid, wilde Wonnen und Wehen werden hierfür der Menschheit Teil sein, der Einzelnen wie der Völker. Ihr Bildner, ihr Dichter, ihr Musiker, ihr wisst davon und aus euch reden schon die Stimmen von Gewalt und Inbrunst und Süßigkeit, die aus neuen Völkern herausblühen sollen. Zerstreut in all unserer Wüstheit leben die jungen Menschen, die festen Männer, die geprüften Greise, die holden Frauen, mehr als sie es selber schon wissen. Leben da und dort die Menschen, die Kinder sind und in ihnen allen lebt Glaube und Sicherheit von großer Freude und großem Schmerz, der einst die Geschlechter der Menschen neu packen und gestalten und vorwärts schicken wird. Schmerz, heiliger Schmerz, komm, oh komm, nur erst in unsere Brust. Wo du nicht bist, kann nimmer mehr Friede sein. Alle ihr, oder seid ihr denn gar so wenige, alle in denen der Traum lächelt und weint, alle, die ihr Taten atmet, alle, die Jubel tief hinuntergesenkt in sich spüren, alle, die Verzweifelte sein möchten aus Grund und Wahn und echter Not, nicht für die Lumperei aus Blödsinn und Niedertracht, die uns heute umgarnen und sich auch Elend und Not heißen, alle, die heute einsam sind und formen, das heißt aber Bild und Rhythmus gesammelter Gestaltungskraft in sich tragen, alle, die den Befehl aus sich herauslassen können, im Namen der Ewigkeit, im Namen des Geistes, im Namen des Bildes, das wahr und weg werden will. Die Menschheit soll nicht verrecken, der grau-grüne, dicke Schlamm, der heute bald Proletariat, bald Bürgervolk, bald Herrenkaste heißt und der überall, oben und unten, nichts ist als ekels Proletariat. Dies grässlich widerliche Menschen zerbelt der Gier, der Sattheit und der Erniedrigung, soll sich nicht länger regen und rekeln, soll uns nicht länger beschmutzen und ersticken dürfen. Sie alle werden gerufen. Ein erstes Wort ist dies, noch vieles zu sagen. Es soll gesagt werden, von mir und von den anderen, die hier gerufen werden.